I'm Batman. Ja, I'm back. Batman is back. Der Joker hatte jetzt vier Folgen, ja. Mal gut, mal weniger gut. Weitergeführt. Aber jetzt bin ich wieder dabei. Und wir versuchen den Joker im Hotel zu fangen. Im Royal Hotel in Gotham City. So. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gegner. Einer mit dem Schild. Einer gut gepanzert, okay. Na dann kommt mal her. Hier, ihr Süßen. Ah. Hält sich wohl für einen Kampfkünstler. Ah. Deine Medikamente, Psycho. Ah. Ich teile auf. Not vier im Gang sind unterwegs. Hast du meine Marke nicht gesehen? Oh. Hey, komm, 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 komm. Aaaaah! Wen ist die fette Sauberzellweck? Stück mehr als deine! Du heisst Katero! Ringen wir es hin! Ja, Foul, schon! Das ist mir sowas von egal ob du verheiratet bist! Ich hab hier das Rang in der Stadt! So! Gott! Dann werden wir wohl mal hier reingehen! Mal sehen was hier alles auf was wartet! Hotelparkplatz! 12 und erwaffnete Gegner! Okay! Sie sind alle nicht so klug wie wir! Ähm... Warum ist diese Tür verspürt? Warum ist diese Tür verspürt? Einschleichen! 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 So! So! Es ist jetzt auch 10 Gegner! Hm! So! Dann sollte ich nur noch versuchen hier zurück zu rennen! Ach! Hier oben komm ich lang! Ach! Okay! So! So! Wird natürlich eh ein Schub draus! So! 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 Das ist natürlich näher! So! 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 So4 Ja, keine schlechte Idee. Oh, come on. Warum haben die mich schon wieder gesehen? Was ist der da für ein Wixer? Oh, come on. Was ist der da für ein Wixer? Oh, come on. 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 was eine anstrengende tat ist das geräte reilatel lol ok how do I get here? why do I get here? ah very good it's fine it's fine it's fine we need to be prepared for everything it's fine it's fine it's fine it's fine it's fine no joke let's go with Christmas music ddeh 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 do you know where the Joker's hotel is exactly right? not yet, why? there seems to be a security room in the lobby you could never find the camera ok, I'll try it ok a riddler-rätsel very good there is enough sprengstoffe um the building in the air I ask what other surprises are waiting for me if you ask me, you don't have to pay oh shit so often the killer the Fledermoss erledigt makes the boss him cold and holds the coal if he pulls something up, he will never trust him he will never trust him he will for all the other organizations in the city that's good ok man, see you look at what he does you think he's doing you think he's doing you think he's doing there is something to lose well, then we'll just go ahead and do it ok, then we'll just go ahead and do it ok 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 cheers Schaut euch das nicht an. So. Nummer 2. Nein, bitte nicht! Doch. Ja, und? Soll er doch froh sein? 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn ich 6 sitze, glaub ich noch. Er lebt, aber er wurde echt übel zugerichtet. Ich will nicht, dass ein Bündel illes in der Ecke enden wie hier. Wir sind irgendwo an der Drecke. Verteilt euch! Ja, bis beide. Das wäre super. Nein, bitte ich nicht, bitte ich nicht, bitte ich nicht. Na drüben! Das ist unser Mann! Der kein Fall, er verschwindet weg! Okay. Ich habe jede Menge Kugeln, Kumpel! Das glaub ich dir. Das wäre super. Das wäre super. Soh. Was war das? Komm da raus! Nö! Nein, nichts. Wuhh. Kapsuk, 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 nec. Elvon. Fidájnál meg ki. Easy. Oké. Zwei noch. Bewaffnet. Zwei unbewaffnet. Diese Idioten kümmern sich eh nicht umeinander. Oh, das ist übel. Das ist wirklich, wirklich übel. Wenn euch sowas passiert, wird der Boss euch persönlich töten. Verteilt euch über den Raum, damit ihr nicht an uns vorbeikommt. Pängst du an! Tähnei ist fülle! Du hattest! Däun. Oh, das ist wichtig. Und wieder weg. Herr Betsy stellt das Klug an, ist ja logisch. Nein, wurde er nicht. Wach auf! Nichts, wir überleben das. Nein! Weck alle Ecken ab! Und finde sie! Zeig dich! Jetzt seid ihr fällig. Ihr seid jetzt alle meine Bitches. Ab mit ihm! Okay. Na komm schon. Hier drüben! Hier drüben! Oder so. Geht natürlich auch. Warum nicht? Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Dann schauen wir uns das doch hier mal an. Das war's nicht. Ich muss in den Überwachungsraum und den Joker suchen. Ja, 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 ja. Jetzt immer mit der Ruhe, Betsy. Ähm. Ja, was nehmen wir denn jetzt hier? Ja. Hier können wir nix weiter verbessern. Auch nix besonderes bei. Gretische Konter, nehmen wir das doch einfach mal. Gretische Konter, nehmen wir das doch einfach mal an. Ähm. Okay. Ah, dann. Hecken wir uns mal rein hier. Ich... Ich... ...seh... Ich seh... ...toiles Passwort. Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Ja. ... ... ... ... Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Puschener? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheure, den Batman zu töten, hältst du die Klappe und tötest den Batman! Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich. Ich glaube, das war nicht gut. Dieser Obstkuchen ist fantastisch! Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt! Raus mit euch und tötet Batman! Bewege dich, Großer! Nein, er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Ich wusste gar nicht, wie ich sexy der Joker ein junger Anheuser hat. Das sollte spannend werden! Dieser Aufzug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Oh yeah! Geile Dinger! Geile Dinger! Hier ist die Röder! So, wo müssen wir jetzt hin? Nein, doch nicht dahin, Pizzi. Ach, komm schon. Genau hier. Jetzt wissen wir auch, wie wir diese ganzen Schockdinger... Was ist mit Gott? Gut, seid bereit, euch in Bewegung zu setzen, wenn ich ankomme. Zehnter Stock, Harnabteilung. Haben Sie den Joker gefunden, Sir? Ja, er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Sechs Gegner, alle. Unbewaffnet. Jokers sagt, wir dürfen alle Angestellten hinlegen, die wir finden, aber die Gäste sollen eingeblendet werden. Jokers? Warum nicht? Jokers ist das Etablissement von allen umdekorieren. Fragst du dich nie, wofür das ist? Für die Gäste? Wenn wir hier fertig sind, wird dieser Laden ein echtes Horror-Kabinett sein. Und wir stecken dann... ...durch ... Der Soldaten hat er doch! Der Soldaten hat er doch! Was machen wir jetzt? Fah! Oh ja, das ist extra gut, das ist da! Oh ja, extra gut, das ist da! Was steht hier? Enjoy the show. Okay... Okay... Gut, wieder ein Enigma-Paket gefunden. Einen Gegner habe ich gerade gewaffnet. Da oben. Okay... Uiuiui... Das Lacken... ... 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